Die Bibel sei doch ein so friedfertiges Buch, heißt es. Ist sie das wirklich? Viele Christen haben die Bibel nicht gelesen und kennen ihre Geschichten nur aus den Predigten oder dem Religionsunterricht. Schaut man sich die Bibel einmal genauer an, finden sich viele Stellen, die in der Regel nicht in Kirchenpredigten zur Sprache kommen. So erzählt das fünfte Buch Moses von einem widerspenstigen und ungehorsamen Sohn, der seinem Vater und seiner Mutter nicht gehorchen will. In so einem Fall fordert die Bibel, die Eltern auf den Sohn vor ein Gericht zu stellen. Wird der junge Mann der ständigen Trunkenheit und Prasserei für schuldig erklärt, dann soll er gesteinigt werden. Im Klartext, Kinder, die ihren Eltern nicht gehorchen, sollen hingerichtet werden. Es gibt viele dunkle Seiten in der Bibel, unter anderem die Stelle der Tötung des eigenen ungehorsamen Sohnes, die brutal sind und nichts weiter und die nicht interpretiert werden können. Durch ihren Inhalt, das sind, was sie sind. Die Frage, die gestellt wurde, war, Jesus hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt und Mohammed, Friede und Segen auf ihn, hat die Ehebrecherin gesteinigt. Und da wollen sie dann mitbeweisen, das ist ein typisches Schubhaar-Scheinargument von christlichen Missionaren. Damit wollen sie sagen, das zeigt, dass Jesus besser ist als Mohammed. Wollen sie damit sagen. Jetzt sagen wir erstmal, was ist der Maßstab dafür, ob jemand besser oder schlechter ist als jemand anderes. Was ist der Maßstab dafür? Ist das dein Maßstab, dein persönliches Empfinden? Oder ist das der Maßstab von Allah subhanahu wa ta'ala? Dankeschön. Der Maßstab ist Allah subhanahu wa ta'ala. So jetzt, gehen wir auf die Geschichte und wir fragen mal Jibril a.s. Als er verschiedene Völker auf dem Befehl von Allah vernichtet hat. Verschiedene Völker auf dem Befehl von Allah vernichtet hat. Oder Engel auf dem Befehl von Allah Völker vernichtet haben. Was wäre besser gewesen, wenn die Engel gesagt hätten, nein Allah, das machen wir nicht. Du hast uns den Befehl gegeben, dieses Volk zu zerstören, aber wir machen das nicht. Als Moses Fried und Segen auf ihm, laut Numari Bibel 31 befohlen wurde, die Midianiter zu bekämpfen, im Namen von Gott. Was wäre besser gewesen? Moses hätte gesagt, nein, mache ich nicht. Ich mache das nicht. Oder war es richtig, dass er da gekämpft hat? Es war richtig, dass er den Befehl durchgeführt hat. Also ist das richtig, was Allah befiehlt. Jetzt gehen wir auf die Geschichte. Wenn Allah befiehlt, dass ein verheirateter Ehebrecher und eine Ehebrecherin gesteinigt werden, was ist dann? Dann ist das richtig, dass derjenige, der diesen Befehl bekommen hat, wie der Prophet Muhammad a.s.w., dass er es macht. Und wenn er es nicht macht, dann ist er Gott ungehorsam. Jetzt gehen wir auf die Geschichte. Zum Propheten Muhammad a.s.w. Erstmal die Geschichte in der Bibel. In der Bibel, das ist in Johannes 8, Vers 1 bis 11, da wird erzählt, dass eine Frau gebracht wird von Zeugen. Und es wird gesagt von den Zeugen, diese Frau hat Ehe gebrochen, die hat mit einem Mann geschlafen. Geschlafen. Was machst du, Jesus, jetzt mit ihr? Dann sagt Jesus, der schreibt etwas in den Boden, laut Bibel, laut Bibel, wir wissen, die Bibel ist verfälscht, sagt zu ihr, derjenige, der noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen. Als diese Leute das gehört haben, sind sie auf einmal alle gegangen. Dann soll Jesus gesagt haben, haben sie dich nicht verurteilt? Wenn sie dich nicht verurteilt haben, will ich dich auch nicht verurteilen. Jetzt gehen wir erstmal auf die Geschichte von der reinen Logik. Wenn du eine Anzeige machen willst, beispielsweise, gehst du dann zum Bäcker? Wenn du krank bist, gehst du dann zur Polizei? Dann sagst du, ich bin krank, können Sie mir eine Medizin verschreiben? Wenn du eine Medizin abholen willst, Penicillin, gehst du dann in die Apotheke oder gehst du zum Aldi? So, jetzt fragen wir Jesus, war er damals derjenige, der Richter war oder der Führer war oder der eine der diese Straftaten diese Straftaten bestrafen konnte, der Befugnis dazu hatte? Die Antwort ist nein. Jesus war jemand, der einfach nur im Gegensatz zu Moses und Mohammed nur jemand, der die Botschaft verbreitet hat, ohne dass er Führer geworden ist. Moses und Mohammed beispielsweise sind auch Führer geworden. Das heißt, wie kommen die Menschen dazu, zu Jesus zu gehen, ihn zu fragen? Das heißt, es ist totaler Schwachsinn. Nächste Frage. Wenn man eine Frau beim Ehebruch erwischt, dann fragt man, wo ist denn der Mann? Die kommen mit der Frau, die angeblich Ehebruch gemacht hat. Wo ist denn der Mann geblieben? Das heißt, dann hätten sie den Mann ja auch mitbringen müssen. Das ist völliger Blödsinn. Wenn du die Frau beim Ehebruch erwischt, musst du ja auch ein Mann dabei sein, hätten sie ihn auch mitbringen müssen. Aber das ist gar nicht die Frage von. So, jetzt dritte Frage. Wenn im islamischen Gericht vier Zeugen kommen, vier Zeugen, die sagen, eine Frau hat Ehebruch begangen und dann auf Frage des Richters nehmen sie ihr Zeugnis zurück und sie verurteilen die Frau nicht und die Frau sagt nichts. Was ist dann? Dann gibt es keinen Beweis für ihre Schuld. Es gibt keine Zeugen mehr. Wo sind die Zeugen geblieben? Das heißt, im islamischen Recht, wenn jemand zum Propheten gekommen wäre, vier Zeugen, die sagen, die Frau hat Ehebruch begangen und sie hat sich nicht selber angezeigt. Was hätte der Prophet gemacht? Freigesprochen. Weil es keine Zeugen gibt, gar nicht. Sie sind von ihrer Zeugenaussage zurückgetreten. Jetzt. Zur Zeit des Propheten, wie war die Situation? Eine Frau kommt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und zeigt sich selber an und sagt, dass sie Unzucht begangen hat und dass sie verheiratet war. Was macht der Prophet, a.sallallahu alaihi wasallam, er schickt sie erstmal weg und dann kommt sie wieder. Später. Und ich glaube, er hat sie gerade nochmal weggeschickt und dann ist sie wiedergekommen, weil er gedacht hat, vielleicht geht sie weg und sagt, ja, weil sie war schwanger gewesen, dass sie erstmal das Kind auskriegt, vielleicht kommt sie nicht mehr wieder. Aber als sie wiedergekommen ist und zeigt sich wieder an, was ist dann? Er muss den Befehl Allahs durchführen. Egal, ob der Befehl Allahs auf dem ersten Biblick brutal wirkt, weil das ist das Gesetz Allahs. Da gibt es keine, keine, ja, wir können ja mal so und so gehen. Und dann, was hat der Prophet, a.sallallahu alaihi wasallam, gesagt. Er hat darauf hingedeutet, dass diese Strafe dazu geführt hat, dass dieser Frau vergeben wurde und dass sie ins Paradies kommen würde, wird. Und er hat für sie das Totengebet gebetet. Das heißt, diese Strafe ist nicht dazu da, um die Frau zu erniedrigen, sondern ist dazu da, um die Frau und den Mann, in diesem Fall die Frau, von der Sünde zu reinigen. Das ist der Sinn dieser Bestrafung. Das heißt, das eine kann man mit dem anderen gar nicht vergleichen. Die Situation bei Jesus und die Situation bei Mohammed waren ganz, sallallahu alaihi wasallam, waren ganz andere Situationen. Und außerdem, und außerdem, ja, ist diese Geschichte mit Jesus eine erlogene Geschichte. Erstmal, wir haben schon mal zwei Fehler in der Geschichte selber, weil keiner geht zu einem Mann, der keine exekutive Gewalt hat und fragt ihn, ob er diese Frau steinen darf, weil er hat das gar nicht sein Aufgabenbereich. Genauso wenig, wie du, wenn du krank bist, zum Polizisten gehst und fragst ihn, ob er dir helfen kann bei deiner Krankheit. Und zweitens, wo ist der Mann geblieben? Und drittens, selbst wenn die Geschichte richtig wäre, selbst nach islamischem Recht wäre sie freigesprochen worden, weil die Zeugen zurückgetreten sind, die Frau hat sich nicht selber angezeigt. Versteht ihr, es ist ein Unterschied, ob jemand kommt und sagt, ich habe, sagt, dass er Sina getan hat, selber, gibt es selber zu oder ob jemand kommt und behauptet es. Wir haben es eben gelesen, Suche 24, Vers 4 und 6, wenn jemand eine Frau beschuldigt, dass sie Sina gemacht hat, bringt keine vier Zeugen, was ist dann? Da kriegt er 80 Peitschenhebe. Die Frau wird nur zu sagen, nee, habe ich nichts mit zu tun, habe ich nicht gemacht. Aber wenn die Frau selber kommt und sagt, hier, ich habe Sina gemacht, muss sie dann vier Zeugen noch bringen. Nee. Versteht ihr, das ist einer mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber diese Geschichte, Johannes 8, 1 bis 11, diese gelogene Geschichte und das Beste ist, da gibt es so einen Möchtegern, Ex-Muslim, der einen auf christlichen Missionar macht, der hat gesagt, das war die Geschichte, die mich überzeugt hat, dass das Christentum richtig ist. Da sagen wir zu ihm, Marschallah, wenn das die Geschichte war, die dich überzeugt hat, dann herzlichen Glückwunsch. Gefälschte Geschichte, nicht aussagend, das deutet eher auf deinen mangelnden Verstand hin, sagen wir dann zu ihm. Und diese Geschichte, Johannes 8, 1 bis 11, ist in keinem der ältesten Manuskripte des Neuen Testamentes vorhanden. Das heißt, Codex Syriaticus geht auf das 4. Jahrhundert nach Christus zurück. Dort gibt es das nicht. Das heißt, das ist eine Interpolation, das heißt, das ist eine Sache, die später in die Bibel hinzugefügt wurde, also ein Fake. Punkt. Und das hat ihn überzeugt, sich taufen zu lassen. Marschallah, ist es nicht schön, dass wir sehen, dass alle anderen Leute keine Argumente haben, subhanallah. Das soll ein Argument sein. Und glaubt es mir, diese ganzen Möchtegern, Hardcore-Missionare, die kommen immer mit diesem dämlichen Argument. Deswegen wollte ich diese Frage nur kurz beantwortet haben. Jazakumullah khairan. La ilahe illallah muhammadu, Rasulullah.